So, wo ist der Lee hin? Ein Gegner wurde getötet. Jetzt wird's aber Zeit. Hier ist er nicht. Immer auf die Umgebung achten. Hm. Der ist hier nirgends. Wir haben auch schon eine Karte. Wie viel Leben hatten der ist, Alter? Hihihihihi. Das ist geil. Boah. Nice. Aber meine Ohren. Ich gewinne. Deswegen werde ich auch machen. Sehr viele Fail-Aufnahmen so. Weil es ist einfach dieser Effekt, wenn man redet, dann... Wenn man redet, kann man sich halt nicht richtig aufs Spiel konzentrieren. Das ist eigentlich manchmal sehr schade. Ja. Eine Stunde ist mir noch das, will ich mir jetzt sagen. Weil... Schon erledigt. Ja, aber Stunde ist mir noch das Wunschmehr gar nicht zu spät. Ja, Elise, komm her. Jetzt wird's aber Zeit. Da ist es. Auf geht's. Ja, muss ich draufhauen. Guck mal, das 4 ist da drin. Komm mit, in den Tower. Ich bin dabei. Hast du dir das so gedacht, hm? Jawoll, und jetzt ist der da drin. Oh, Ziggs, verschwindet da nicht endlich eine Ulti. Ist das nur... Ist das nur... Oh, Ziggs, verschwindet da nicht endlich eine Ulti. So wenig Leben kommt mir nicht einfach so. Ich würd da nicht reinrennen, Leute. War klar, dass da mehrere sind. Immer auf die Umgebung achten. Ich hab'n getroffen? Ja, hab'n. Ah. Ganz groß, ich muss vorstellen. Ich hab'n. Ich hab' keine... Ich hab' keinen, ich hab' keinen... Ich hab' keine... Ich hab' keinen... Ich hab' immer mal draufgehauen. Komm schon! Nein! Der? Ja, Ingen-Tower, Ingen-Tower, komm und kill! Ja, 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 komm! Oh, den Tank bauen, bevor die Ezra, der Ezra hat das gemacht. Mist. Nicht auf den Tank, jetzt geht er auf den Ezra. Ah, Mist. Grab den Tank rein. Grab Ezra rein. Ich kann nichts machen. Nein! Ich stehe jetzt hin. Komm schon. Das kann nicht sein. Meine Ulti verfehlt jedes Mal wieder. Neun Sekunden, dann habe ich sie. Wir haben auch schon eine Karte. Jawohl! Oh mein Gott, nein! Nein, nein! Nein, 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 nein! Okay, Moment. Er braucht schon eine Karte. Hier ist auch keiner. Ah, da ist er. Schon erledigt. So, okay. Ich gehe dahinten los, da kann man nicht reinrennen. Wo ist ein Blitz? Wo ist ein Dings? Ach, da haben sie gekillt. Ja, nice. Und den kriegst du doch nicht weg. Master ist ein... Also das Spiel ist momentan ganz ausgeglichen eigentlich noch. Dafür, dass wir so im Nachteil sind. Der Israel geht halt voll ab, der Gegnerische. Der wurde einmal gefeiert und jetzt wird niemand Fokus, niemand Israel. Man muss halt dann immer gucken. Fokuss man jetzt in Elisiv oder fokuss man jemanden, der wirklich ein Lowlife hat und gleich daneben steht. Ich glaube schon, den Darius muss man auch sofort fokussen. Die beiden, ich hab's echt... Das würde ich so fucking sagen. Genau, hier sind Elisiv. Genau. Richtig nice. Nice, hab ich schon wieder was bekommen. Wow! So. So. Leute? Leute? Jetzt wird's aber zeigen. Nein! Echt jetzt! Boah! Kann nicht sein! Kommt aber auch keiner! Nein! Da kommt aber auch keiner mit! Hier Leute, guck mal! Der ist ja ganz hinten! Den kann dir, der zickst doch dahinter an dem Film! Nein! Der geht weg! Das Problem ist, die Leute... Ja, Koch! Die haben echt einen Moment damit, Leute, zu Ende! Da rennt der Blitzkrank vor, der keinen Schaden macht und versucht, den Essweiler zu killen! Ja, genau jetzt! Komm, jetzt kriegst du aber endlich mal einen! Kann nicht sein, dass er alle mit Waffe ist! Das ist traurig! Ja! Ja! Meine Fresse! Komm, 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 komm! Wie schnell möglich ins Geschehen rein! Go, 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 go! Na klar, ist das hier wieder geil! Ja! Ich bin schon mal in der ersten Woche! Ah! Ah! Ich bin schon mal in der ersten Woche! Nein! Da ist ja auch noch auf der ersten Woche! Oah! Ah! 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 Blitzkein-Großgeld ist alles ok. Boah, wie viele Spinnen die mittlerweile hat, ey. Ich glaub, die kriegt im Laufe der Zeit immer mehr Spinnen dann. Kann nicht sein. Ne, ich geh mit Dings ein bisschen mit Zicks. Weil der S-Rei läuft ja mal hinten, ne? Mist. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hihi. Der ist hier runter. Ein Gegner wurde getötet. Wir drüben. Ne, der ist da oben. Terminiert. Ja, nice. Und da ist noch der Lee. Der Lee. Komm schon. Den haut hier. Oh. Oh. Er braucht schon eine Karte. Uh, lieber wegrennen als rausgehen. Oh mein Gott. Ich mag nicht. Er braucht mich. Ich mag das nicht bleiben. Und da ist nicht das. Aber das wird ein furcht. Ich mag nicht das, aber noch neue Face, denn Firestore noch nicht dumpfery ist alle. Ein bisschen Quadruencia und manneteete. Können Trumpier ist sollen wohl mir nicht anогlen, oder wir müssen ». Go, Arthroms! Go, Arthroms! Bam! Ich bräuch mal ein bisschen Form. Ich bräuch mal, ich bräuch mal! Nice! Ist aber schade, wenn ich keinen Kill kriege, aber... Zip! Ich bin juckt! So, vergessen, nicht den Mana vergessen. Oh, ist es weg dann. Ja, genau, das Mana. Autsch! Blitzcrank hat Schutz. So bad. Ah ja, ich bin so bad, genau. Du, Alter, so... Der, der, der... Der... Tank rennt weg! I tank tower and you do Minion. Ach so... Oh, meine Ohren, ich hab da den Kopf heruntergenommen. Ein Verbündeter wurde getötet. Ja, manchmal... Boah, was denn mit den Kopfhörern ist los, ne? Hab ich schon lang getragen. Ich hab ja schon die... Aufnahme von New Beginning gemacht. Gleich noch Minecraft. Das Video dann doch irgendwann ein bisschen weg. Das ist ne mega dumme Idee. Jawoll! Ich bin... Ich hab nicht bekommen. Weitere geht's. Das Hydrationgaste Das ist ein bisschen weg. Woher soll ich also wiederkommen? kackt ich um eine ulti ich bin es die kleine sprung und damit haben wir gewonnen genau das was ich mit es real erreichen wollte gerade noch ein kill bekommen ich glaube ich habe jetzt eine 12 14 gehabt oder so aber noch 12 es ist oder so es war auf jeden fall ziemlich gut nein es war ziemlich okay sag mal so es war okay mittelmäßig ja wenn ihr noch mal es real sehen wollt dann ich werde mir es wahrscheinlich kaufen also ich muss sagen ich glaube ich habe mir es real oder sie wir macht mich jetzt nicht an von 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 charakter also ich weiß nicht ich mag den champion nicht so ich glaube ich habe mir es real oder und hästen der andere kathleen holen ein von den beiden es hat ihre vorteile aber ist meistens dann doch nicht so gut im ranking deswegen werde ich glaube ich erst mal schauen wie es weitergeht wir sehen uns beim nächsten mal und adios